Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard101. Wir sind auf der Suche nach ganz viel Mana, weil wir ansonsten keine Kämpfe mehr machen können. Weil 8 Mana sind so gut wie nichts. Und wenn wir keine Mana finden, da ist jemand... Warte, du... Ich möchte mit dir befreundet sein. Stufe 9. Ja, das nehmen wir. So, warum schweben da keine blauen Teile rum? Die roten kriegst du an jeder Ecke, aber die blauen, die gibt es einfach nicht. So gefühlt halt echt nirgends, nirgends in dieser ganzen bescheuerten Straße. Da vorne ist ein blaues Teil. Ich seh's schon, jetzt kommt irgendeiner. Obwohl niemand außer dieser eine Typ in dieser Straße ist und schnappt es mir weg. Ich seh's kommen, weil nein, wir haben den Kampf gewonnen um das Mana. Gut, dann machen wir wieder ein Foul-Futter. Aber wir brauchen ja noch 3. Die sind ja ein bisschen bescheuert. Hm, was nehmen wir da? Nehmen wir einfach mal die Fee. Mann, der hat so bescheuerte Angriffe. Und wir kriegen's mal wieder nicht hin, einfach mal eine dunkle Fee zu beschwören, die eine recht hohe Wahrscheinlichkeit hat. Aber nein, wir kriegen das nicht hin. So, dann machen wir jetzt den Gould auf den. Sehr schön. Cool, wenn eine blonde Erd wäre, was es nicht alles gibt. Komm, die 3 schaffen wir jetzt auch noch mit 8 Mana. Vielleicht haben wir gleich ein großes Problem. Vielleicht aber auch nicht. Wissen wir dann später. Was nehmen wir? Wir nehmen einen Frostcap. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und dann ist es eigentlich auch schon egal, was wir nehmen, weil wir... Das möchte die Eule. Ja, das weiß ich selber auch. Denke daran, für das Wirken von... Spiele ein paar... Geh auf den Rummel in der Stadtmitte und betritt eines der Siegel, um ein Minispiel zu starten. Ja, schön. Ich möchte jetzt auch kein Minispiel spielen. Ich möchte meine Mission beenden. Ich mache einfach noch mal das. Das gibt es doch nicht. Oh. Bitte funktioniert jetzt der Zauber oder wir sind gleich automatisch in der Stadtmitte. Danke. Das ist ein Leben, sollte ich mir schon noch sammeln. Zum Glück gibt es hier so viel Rote. Ich habe nichts gegen die Roten gesagt. Ich fand nur, dass die Blauen auch öfter vorkommen könnten. Ah, schön, dass uns beides wenigstens gleichzeitig ausgeht. Noch ein rotes. Können wir in diesen Turm gehen? Nein. Da machen wir noch ein Faulfurt und hoffen, dass uns das Morgen noch nicht ausgeht. Dass wir den Auftrag erledigen können. Wäre sehr schön. Ja, wir haben keinen Zauber, der es beim ersten Mal kaputt macht. Also nehmen wir einfach den. Was soll's. Ja, der Zauber hat funktioniert. Trotzdem hat er noch 30 Leben. Komm, wir machen die Fee. Wir bleiben der Todeschule treu und nehmen. So, richtig cool. Wir haben es geschafft. Oh, das ist aber ein stärkerer Ghoul. Okay, ab zu Durian. Über Durian. Trübsel. Der hat auch so einen richtig depressiven Namen. Hm. Wenn dieser Weg da halt nicht so weit wird. Vor allem, ich weiß ja, wir haben den Besen. Und ich kann jetzt nicht aufhören mit meiner Aufnahmesession. Obwohl ich halt im Moment null Bock mehr auf das Spiel habe, weil ich das rumgerendet gerade richtig nervig finde. Und, aber ich denke mir, wenn ich das nächste Mal das Spiel dann wieder spiele und dann keinen Besen habe. Da stehen zwei so Typen rum. Jetzt ernsthaft? Dann gebe ich mir das Spiel noch mehr auf die Nerven und dann denke ich mir einfach so, dann mache ich jetzt halt noch einen Part. So einen Besen kriegt man ja nicht einfach so täglich. So, da ist ja der Durian, Trübsel. Ja, schön, dass der freut, dass wir noch leben. Also, wirklich. Dann wieder zu Susi. Was? Durian braucht meine Hilfe? Wow! Durian hat recht. Ich sah, dass sie ein merkwürdiges Medaillon trugen. Schon wieder Faulfutter. Müssen wir zufällig gerade zur Stadtmitte. Golem-Tum. Nein, das machen wir nicht. Stadtmitte. Teleportieren uns jetzt einfach mal zur Stadtmitte, weil da gibt es Mana. Und sonst macht das keinen Sinn, wenn wir jetzt Faulfutter besiegen und kein Mana mehr haben. Das könnte ziemlich böse ausgehen. Da ist Muffin. Was ist Muffin? Muffin. Ist eine Wolke? Muffin ist eine Regenwolke. Muffin ist niedlich. Ich finde den Namen Muffin sehr niedlich für ein Haustier. Muffin ist nicht mehr. Dödu. Eda, junge als du erkennst! Da ist Mana. Ganz viel Mana. Wir brauchen Mana. Wir brauchen noch mehr Mana. Komm her, Mana. Ist hier hinten? Mana! Unsere Jagd nach Mana ist bisher sehr erfolgreich. Warum sollten wir auch Gegner erledigen, wenn wir Mana sammeln können? Ja, ich bringe ein Buch zurück. Ich bin cool. Ich behalte es nicht und hoffe, dass es keiner bemerkt. Unser schöner Ladebildschirm wieder mal. Dinge, die man aufsammeln kann. Wie? Ich will da durch. Warum lag das? So liegt es daran, dass so viele Leute auf dem Server sind. Ab ins Kaufmannsviertel. Da waren wir eigentlich noch nicht so wirklich. Da sind wir einmal durchgerannt. Da gibt es halt auch nichts. Da gibt es Einkaufsladen. Findet man allerdings auch im Kampf, also kann man sich das Geld sparen. Nicht lecken, Spiel. Willkommen in mein... Ja. Aber schön haben die das hier mit diesem Aussichtsplatz, so ins Leere. Er würde hier nicht gern wohnen wollen, einfach so ins Leere runterzuschauen. Es erinnert mich ein bisschen an Zell der Skyward Sword. Naja, das war's jetzt für heute mit Wizard101. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.